So, Ihre Hilfe besteht darin, dass Sie von 5 auf 0 zählen und dann werden die Luftballons hier knallen. Wenn es jemand mit den Ohren hat, den vorher die Ohren zuhalten, alle anderen würden bei 0 in die Hände klatschen, dass der Knall noch lauter wird, sondern wir müssen ganz bald wissen, dass es jetzt diese Internetseite gibt. Also, dann kommen Sie ein bisschen so näher, dass Sie jetzt mit den Händen da haben. Also, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vielen Dank.